Herzlich Willkommen zurück zu, äh, Bloodborne No Level Up Challenge. Meine Frau ist auch hier, was? Okay, ich will gar nicht wissen, was du gerade gesagt hast. So, hier ist eine kleine Höhle, eigentlich eine ziemlich große Höhle, die ist ganz schön... Schande über dich, achte auf dein Haut, du hast die Schokolade vergessen. Ja, ich hab die Schokolade vergessen, bla bla bla. So, äh, die ist eigentlich ganz schön, ganz schön beschissen, denn hier brauchen wir ganz schön viel Gegengift. Und ein gutes Auge, denn hier gibt es... Ach, wir haben ja schon viel Gegengift, das ist ja praktisch. Denn hier gibt es Giftboden und, ähm, und noch irgendwas komisches, äh, irgendwelche Viecher waren so komisch hier. Ach, da, die da, ja, stimmt. Ja, da gibt es hier auch irgendwelche Pimmel, das weiß ich auch noch, irgendwelche Penisse, die hier rumfläuchen. Ja, man kriegt hier... Alter, wie schnell das Gift steigt. Ja, weil wir keine Ausdauer gelevelt haben. Ah, das ist... Das ist richtig assi. Das Gebiet hier werde ich ganz sicher nicht überleben. Achso, der kriegt da wirklich viel Schaden mit. Ich bin zwar nicht gedacht. Ah, da waren die Penisse, ich hab dich einen schon springen sehen. Ich weiß nicht, wie ich die sonst nennen soll. Keine Ahnung. Wurm. Nein, das sind keine Würmer, das sind für mich Penisse. Du schuldest ihr jetzt eine Tafel Schokolade. Ich schulde so vielen Leuten was. Kannst mal sehen, was für ein Mensch du bist. Du schon wieder, ey. So, jetzt rennen wir den ganzen Weg durch. Den ganzen Weg. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Der wird nicht getroffen. Ja, ist klar. Ist klar. So, hallo. Hallo. So. Hallo, hallo. Ja, wunderschön. Ich bin so famed. Wir rennen ja alle hinterher. Eigentlich sinnlos. Ja, der Hund, der kann sich auch jetzt mal verpissen. Das wird jetzt richtig ätzend und lange dauern, glaube ich. Kommt der Hund daher? Nö. Okay. Umso besser. Dann habe ich ja doch alle abgehangen. Abgehangen? Abgehängt. Nee. Finde ich lustig. Die Idee. Nicht die Idee, sondern eigentlich die Vorstellung, dass die Hunde in den Käfigen weniger Leben haben, als wenn sie außerhalb sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Mir ist das gerade eben erst aufgefallen. War es mir schon beim ersten Mal, als ich gespielt habe. Nee, also ich habe gedacht, dass ich jetzt... Weil jetzt, wo ich mich gar nicht level, fällt mir das halt erst auf. Deswegen. Manchmal brauchte ich halt so zwei Schläge oder einen Schlag für die, aber jetzt brauche ich ja wirklich zwei Schläge außerhalb und einen Schlag. Hallo. Das wird wirklich witzig werden. Können wir das mal machen? Das könnte nicht jeder Punkt sein, wo ich die Challenge aufgeben werde. Weil das einfach unnachbar für meinen Level ist. Aber der hilft mir. Der macht die Würmer. Einige, die uns auch die Lebenswürmer. Alter, die Kehlen, die hat fast instant. Die wollen mein Blut. Die wollen mein Blut. Okay, gut. Das Spielsblattkorn. Der will ich dann gut haben. Okay. Hier nochmal ein paar Tabletten. Ja, ist ganz. Die ganze See gemacht. Viel Spaß. Ist aber wirklich so aus, als ob ich die ganze Dings da essen würde. Alter, es ist doch nicht mehr normal. Nicht essen! Schlucken! Ach, der schluckt die ja gar nicht. Ich dachte mal, der schluckt die Würmer. Aber der ist ja so. Einen haben wir gekillt. Und wir haben noch acht Gegengriff. Das ist verdammt scheiße. So, ich warte jetzt noch, bis die komischen Würmer hier antanzen. Oder ankriechen. Anspringen. Was auch immer. Aber ich seh die jetzt hier gerade gar nicht. Doch, da sind sie. Ich seh sie. Alter, die haben ja voll viele. Ich bin tot. Ja, gut. Ich denke mal wirklich, dass dieses Gebiet mich jetzt hier wirklich killen wird. Wenn ihr euch gerade fragt, was das wieder für ein Geräusch war, ich weiß es selber nicht. Hab keine Ahnung. Mein Hund war es wirklich nicht. Der würde sich anders anhören. Ich könnte jetzt bellen, aber ich will mich nicht bleiben. Das war gerade mein Hund. Alles gut. Ah, der Bastard. Der Bastard von Loran. Ja, den kennen wir ja auch noch. Jedenfalls aus dem richtigen LP. Da mit diesen komischen... Ah, ne, die hab ich ja gar nicht gemacht. Die komischen Daten. Die sind einfach so scheiße. Stimmt. Nicht mal die hab ich gemacht. Ach, jetzt wird den ganzen Weg laufen. Mensch, ist das schön. Ich könnte zwar das auch rausschneiden, aber ich hab gesagt, ich mach das alles ungeschnitten. Gerade bei solchen Spielen kann es ja immer mal passieren, dass irgendwas bescheuert ist oder lustiges passiert. Ich glaube, der wollte mich gerade besteigen. Das sah gerade ein bisschen so aus. Ich bin froh, dass ich ihn ausgewichen bin. Ist das eigentlich in irgendeinem Spiel? Das frage ich mich jetzt mal. Irgend so ein Rape-Monster? Ich glaube, das gab es mal bei Silent Hill. Da gibt es ja wirklich so ein Vieh, was einen ficken will. Ich finde das absurd. Aber die Idee an sich ist eigentlich recht, naja, jetzt nicht geil, also im Sinne vom sexuell, aber so halt interessant geil, so. Weiß nicht. Ich kenne kein Spiel, wo ein Vieh kommt, was einen wirklich zu Tode bumsen will. Das ist... Könnte ich mir noch ein God of War vorstellen. Das ist ja quasi Kratos. War jetzt so in irgendeinem Spiel? Äh, doch. Also... Oh, es gab schon 10, da hat der Gangbang gemacht. Der gute Kratos. Echt? Weißt du? Mit dem Gangbang? Nein. Den Teil kennst du nicht. Du kennst nicht Ghost of Sparta. Ey, jetzt bin ich schon wieder vor diesem Penis... Würmern getötet worden. Das geht jetzt 15 Minuten. Das ist eine dauerhafte Werbepause. Blut von Adela. Das kennen wir ja auch von dieser komischen Nutte. Oh, eine Nonne. Was? Ist das eine Nonne? Äh. Das ist ja witzig. Eine Nonne ist eine Hure. Ja, das passt ja auch, ne? So ein bisschen... Scheiß Motte. Mann, ey. Jetzt schwebt die da oben rum. Hä. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt hab ich... Oh. Ich find das seltsam mit den Augen. Wenn man zu lange in Sicht guckt, dass man da so komische Punkte dann gemacht hat. Jetzt ist die hier neben mir. Geht weg. Fui. Hör mal nicht, weil der Typ schießt auf mich. Der denkt sich auch... Geht sich der schon wieder hier? Was will der da eigentlich? Alter! Was war das für ein Schuss? Das sah aus wie so ein Pfeil, der hinterher geschossen wurde. Okay, das war also eine sehr komische Person. Nein, ey. Wenn die mich jetzt hier tötet, dann werde ich erst wegzauern. Ich hab mich jetzt hier... Mein Gott, ey. Ah, das ist der spannendste Part überhaupt hier. Nicht vorankommen. Das ist schön. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Das interessiert mich, ob die Hunde hier auch so raus können. Nö. Oh, doch, 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 oder? Nö, die kommen hier nicht raus. Warum sind die dann das erste Mal rausgesprungen? Jetzt nicht mehr. Was war denn das gerade? Hörst du das auch gerade, dieses Eingeräusch hier? Das Motorrad. Oh, ich hab grad gedacht, was ist das denn? Weil man das über die Scheißmotte... Mann, jetzt... Nein. Nicht, dass ich die noch runterschmeiße, die Cam. Das würde mir auch noch passieren. Wenn ich einen hätte, natürlich. Ich hab keine. Ich weiß nur, dass man irgendeine Playstation sogar eine bekommen könnte. Ja, ich hab'n Penis getötet. Der Satz kommt uns gut. Jetzt noch einen. Und jetzt noch einen. Kommt schon. Das Lustige ist, diese drei sind ich die Einzigen. Es gibt noch, ich glaub' 20 oder so. Das heißt, die werden niemals durchkommen. Ist das nicht toll? Ist so super. Ich finde, ich sollte das nächste Mal, wenn ich so eine Challenge machen, in der Regel aufstehen und in so einen Gebieten... Obwohl, eigentlich ist das ja keine Live-Challenge. Oh, dann hätte ich hier ja schon längst verkackt. Obwohl, ich hätte mich leveln können. In der Challenge. Oh, noch ein gekippt. Ich bin tot. Ja, wisst ihr was? Ich versuch's noch einmal und ich glaub' in die Challenge und dann ich vorbei bin. Okay, jetzt hat er die für mich getötet. Cool. Juhu? Was, Juhu? Achso, hä? Jetzt fallet ihr an meinen Arm. Wie frech. Ich bin kein Kleidungsstück. Aber du hast einen Arm. Und ich hab' Haare. Tch, 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 tch. Was ist das denn? Alter, ist das unheimlich. Ich find' Katzen so unheimlich und sehr unproduktiv. Nur mal so. Nebenbei. Das wissen ja alle mittlerweile. So. Der denkt sich jetzt hier wieder auch. Ach doch, diesmal schießt er. Als ich vorbeigelaufen bin, so vorbeigejoggt bin, da hat er so blöd geguckt und dann sein Schwert gezogen. Einmal versuch ich's noch. In diesem Part. Im nächsten. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen machen werde, aber ich glaube, hier ist wirklich Ende. Weil das liegt nun mal auf dem Weg und kann dieses... Nee, entschaff' mich noch nicht hin. Nein, ich hab kein Bock jetzt hier zu sterben. Verpässt' dich. Alter, wie weit kommt der denn daher? Ah, jetzt geht der weg. Also, hier kommen ja alle... Seit wann haben die so eine weite... so eine Reichweite an Laufen? Das haben die bei Dark Souls eigentlich eigentlich. Ja, ich glaub auch, dass die mich jetzt neben... Oder neben dem Fuß gesagt hat. Ja, neben dem Fuß. Ja, das sind... Ja, genau. Jäger! Ich will ein Kind von dir! Das... Wie würde das denn wohl aussehen? Eine Bestie? Eine Bestie, die da Bestien jagt. Weil es die beiden eingeschaffen hat. Das wäre... Gibt's sowas schon? Das wäre eine coole Idee. Eine Bestie, die Bestien jagt. Pater-Dings. Ach, Pater-Gas-Coin? Nee, der... Da war ja der so ein Penis. Ja, der hat aber noch... Verstand... Ohaah! Ey, wo kommst du denn schon wieder her, Mann? Warum hat der eine Glocke um den Hals? Das sind alles so fragend, wenn die beantwortet. Jetzt kommt dieser Mongo noch hinterher, ey. Ach, ich guck mal. Guck mal, der, der da trauert schon. An sich ist das Gebiet eigentlich gar nicht so schwer mit sich. Komisch, würde man nicht mehr. Nein, 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 nein. Stimmt, das hat mich gerade angegriffen, war. Kann das sein? Da, was ist das? Komm, war ganz schön wieder. Oh, ich bin tot. Wisst ihr was? Ich werde es einmal noch probieren. Und wenn ich es dann nicht mehr schaffe, dann nehme ich nicht auf dich. Ich glaube, ich schaffe das einfach nicht. Ich bin zu schlecht. Aber wenn man einfach dieses... Du bist scheiße. Ich bin nicht scheiße. Ich habe es weit ohne Level gebracht, für mich. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich wie Karin beim ersten Mal kille. Weil ich früher übelst die Probleme hatte. Außerdem habe ich das mit einer Waffe gemacht, die nicht mal stark ist. Ich habe das vorher sonst immer mit dem riesigen Schwert gemacht. Und das kann schon einiges abziehen. Aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ich hier eine schnelle Waffe habe. Die einfach mal... Drei Schläge pro ein... Okay... Ich finde, es geht sogar noch. Es sieht... Ja, ohne Brille sieht sie weitaus besser aus. Das stimmt. Aber so mit Brille sieht sie jetzt auch nicht scheiße aus. Finde ich. Also mit der Brille. Okay, da siehst du aus wie ein Mann. So ein bisschen. So ein bisschen. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Das war gerade ein Satz, der könnte mich killen. Also, jetzt hier in real life killen. Von wegen weißt du... Oh, da siehst du aus. Du bist aus wie ein Mann. Ja, ja, aber du siehst da sehr komisch aus. Man sieht nicht... Man sieht nicht dein ganzes Gesicht so. Der Blick auch dazu. Ich meine. Ja, die beiden. Ja, deswegen. Da siehst du wieder... Da siehst du wieder richtig original aus. Da nehme ich eigentlich noch mein langes Ding. So. Ja. Nicht das lange Ding, Schatz. Also wirklich. Nicht meine Nase. So. Einmal werde ich es noch probieren. Einer geht noch. Einer geht noch. Komm mal her. Bitte. Ah, guck mal. Instant gekillt. So geht's doch. Jetzt müssen wir die andere Penisse suchen. Das ist das erste Spiel, wo man Penisse suchen. Okay, ich bitte. Ja gut, das war's mit dem Part. Ja. Also. Ja. Das ist ein süßes. Oh. Der auch, ja. Ja, gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte mich verabschieden, weil das geht nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist zu. Von daher, ich werde es ein Part lang noch probieren. Aber. Da wird sie auch nicht mehr, glaube ich, dabei sein. Vielleicht auch schon. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal ganz schnell. Ja, ich schicke sie gleich raus. Ich lasse sie. Ich schmeiße sie raus, ihr. So. Bis zum nächsten Part von Bloodborne. No Level Up Challenge. Vielleicht bis zum letzten Part. Ich denke mal schon. Tschüss. ... ... ...